Als junges und innovatives Fachgeschäft für Orthopädie und Reha-Technik präsentiert sich das Unternehmen Falkensamer in Sattlett. Nach der Abfahrt von der A1 zwischen Wels und Kirchdorf wird im neuen 350 Quadratmeter großen Schauraum ein breites Sortiment an hochwertigen und durchdachten Heilbehelfen, wie zum Beispiel Geh-, Steh- und Sitzhilfen verschiedenster Art angeboten. Vor acht Jahren habe ich die Firma gegründet, ursprünglich mit einer Kollegin. Damals haben wir nur ein Sanitätshaus und eine Werkstatt gehabt und dann ist über die Jahre sukzessive für das Team gewachsen und es ist jedes Jahr ein Mitarbeiter dazugekommen. Dem jungen und qualifizierten Team liegt die Lebensqualität der Kundinnen und Kunden besonders am Herzen. In Österreichs größtem Schauraum für Reha-Technik können Produkte völlig unkompliziert und diskret getestet werden. Ja, wir bieten hier im Schauraum nicht nur die Möglichkeit, dass wir Sachen bestellen können, sondern wir haben sie alle vor Ort oder die meisten. Sie können hier ausprobiert werden, getestet, mit nach Hause genommen und somit können wir gewährleisten, dass das Optimale herausgefunden worden ist. Neben zahlreichen Produkten für die Pflege zu Hause sind auch individuell gefertigte Prothesen und Orthesen erhältlich. Wir haben die Patienten ursprünglich hauptsächlich mit Orthesen versorgt und dabei ist die Nachfrage nach Reha-Geräten immer mehr gestiegen. Da haben wir sehr bald erkannt, dass man das nicht machen kann, wenn nichts vor Ort ist und so haben wir diesen Schauraum ins Leben gerufen. Man kann einen Rollstuhl oder ein Therapiefahrrad nicht aus einem Prospekt bestellen oder im Internet. Ganz nach dem Motto Fähigkeiten erhalten und erlernen. Wir bieten an, dass wir die Produkte nicht nur bestellen können, sondern dass wir die meisten Produkte hier vor Ort haben zum Testen, zum mit nach Hause nehmen und damit können wir gewährleisten, dass die Versorgung auch optimal ausgeführt worden ist. Die individuelle Beratung und das tolle Angebot wissen auch die Kundinnen und Kunden zu schätzen. Das Einzugsgebiet ist immer größer. Wir haben vermehrt Patienten aus Niederösterreich, aus der Steiermark, aus Salzburg. Es werden immer mehr. Falkensamer führt vielfältige und individuell anpassbare Hilfsmittel, um den Lebensalltag zu erleichtern. Als Basis für ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Das Einzugsgebiet ist immer mehr. Vielen Dank.